so da sind wir wieder ja so ein bisschen was die pc ist eingebracht und die shirts irgendwie nicht richtig 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 viel ich glaube so regisse die kriegt ein tag frei die braucht nicht genug energie und restocking kriegt ein tag frei er kann ruhig länger arbeiten der kann restocking den ganzen tag machen regisse damals abends ein jetzt machen wir ihn auf morgens dann kannst du auch frei machen wir haben einmal register die hat freie stocking dann haben wir jetzt zweier im register für morgens und ich muss dann des abends das heißt jetzt erstmal noch in kurven bei unsere lage eigentlich relativ voll sein müssten neun fünf acht sechs sieben neun drei neun neun äh Vielen Dank. Vielen Dank. Das heißt, jetzt kaufen wir uns noch Schuhe. So. 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 Das ist eigentlich erstmal egal. So. Wer hier was wie und wann einfach drauf und verkaufen. verkaufen 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 wir haben noch ein pc wir haben zwei kassen offen aber wie keine einnahmen ist doch nicht also richtig ist es nicht jemals läuft er definitiv falsch ja Das war's. 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 Das war's.